Das Besondere an meiner Ausbildung war schon der Start. Wir waren der Testballon, kann man sagen. August 2018 war der Kauf von E-Commerce als allererstes gestartet. Vorher war es ein Studiengang und ich war einer von tausend und das finde ich schon sehr besonders. Hi, ich bin Dominik. Ich habe hier bei Mediaform meine Ausbildung gemacht als Kaufmann E-Commerce und bin jetzt hier tätig als Performance Marketing Manager. Zur Unterstützung von Mediaform während der Ausbildung kann ich auf jeden Fall ein Beispiel nennen, denn ich war einer der wenigen, auch vor allem in der Klasse, die einfach eine Fortbildung zusätzlich bekommen hat, neben der Betreuung. Denn das ist der erste Jahrgang gewesen. Das ist für die Schule wie auch für die Firma natürlich total neu und eine Fortbildung zu bekommen. Das war schon echt einmalig, also echt schön. Das Verhältnis zu den Vorgesetzten war auf jeden Fall wie, als wäre man ein Angestellter. Ich habe selbst in den Azubi-Zeiten viele Präsentationen halten dürfen, wie auch heute noch vor der Teamleitung, vor Abteilungsleitung, vor Geschäftsführung. Ich fand das war schon sehr erstaunlich und auch, wenn man zwischenmenschlich schon gut klarkam. Das war auf jeden Fall ein schönes Verhältnis. Nicht von oben herab. Meine Ausbildung ist so geendet, dass ich schon frühzeitig ein Angebot bekommen habe von Mediaform. Also sechs Monate vorher wurde ich schon gefragt, ob ich hier bleiben möchte. Da wurde eine Stelle für mich eröffnet, Stelle geschrieben und übernahm einen Vertrag. Und dann als Junior habe ich angefangen beim Performance Marketing. Bei Mediaform wollte ich nach der Ausbildung bleiben. Allein schon, dass sie mir frühzeitig ein Angebot gemacht haben. Sie haben eben gezeigt, dass sie mich wollten. Und ich habe ja schon bei einer Ausbildung kennengelernt, wie schön es hier ist. Auch bei der Förderung, wie man junge Leute hält und die weiterentwickeln lässt. Und das hat schon sehr für Mediaform gesprochen. Und die ist jetzt fast drei Jahre her. Also Juni 2021. Und ich durfte diesen Performance Marketing Bereich aufbauen. Natürlich jetzt als Junior. Und von A antwortet jetzt alles, was Paid Media betrifft. Also die Suchanzeigen bei Google Microsoft, aber auch Bewegtbilder bei Meta, sprich Facebook und Instagram, aber auch eben bei YouTube. Und das ist so der Part von Performance Marketing im Groben. Bei Mediaform hat man wirklich gute Möglichkeit eine Ausbildung zu machen. Das kann ich nur empfehlen. Im Mittelstand, wie man es hier hat, hat man wirklich jede Abteilung. Und bei einer kaufmännischen Ausbildung kann man dadurch super viel lernen. Und dadurch, dass man eben hier auch super gefördert wird. Mehr braucht man nicht. Das ist optimal. Das ist optimal. Und daher zum NDR